Wir können so ein Influencer-Intro machen. Hallihallo, Hallihallo! Hallihallo! Was ist denn? Es ist wirklich ein Fußballer, das ist ein Pferd. Wir wollen ja frisch mitbringen und wir machen gestern auch hier ein Pferd. Wir haben diese Tage und wir haben diese Tage und jetzt war es keiner von diesen Tagen. Deshalb war es einer von diesen Tagen und dann kann man nichts machen. Let's go! Wir sind jetzt mal die Tage, coi! Joerho! Oh mein Gott! Scheiße! Ja! 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 Das war's für heute.